hallo liebe freunde herzlich willkommen zu einer sondersendung mit mir charles moris fleischauer und mit jörg fuhrmann zum thema hypnagogisches atmen hypnose trance und die verbindung dieser techniken aus dem bereich der transpersonalen psychologie zum schamanismus und ja ich freue mich riesig heute diese sendung mit dir machen zu dürfen jörg ist mir große ehre wir beide haben ja thematisch ganz viele überschneidungen nur dass du alles irgendwie gefühlt zehn bis 15 jahre vor mir gemacht hast und professioneller aber umso umso mehr freut es mich dann heute mit dir über diese themen sprechen zu dürfen und vielleicht steigen wir auch gleich ein bisschen allgemeiner vielleicht mit der frage was ist denn eigentlich transpersonale psychologie was ist das besondere daran vielleicht kannst du das mal erklären so zum einstieg ja also die transpersonale psychologie ist im grunde der versuch gewesen oder erstmal überhaupt die hatte die den anspruch oder die idee wissenschaftlich heranzugehen an phänomene und techniken und methoden und erkenntnisse und bewusstseinsbereiche des menschen also des menschlichen potenzials die jenseits von dem liegen und zwar oftmals deutlich jenseits von dem liegen was wir normalerweise als alltäglich bezeichnen würden also ich meine mein alltags ich nirgendwo bin ich jetzt halt der jörg und stehe da morgens auf und machst du meine sachen und ja geh abends wieder ins bett und damit machst du dann auch irgendwie die abrechnung und die steuererklärung und ich weiß nicht was und das ist also dieses hauptsächlich so dieses linear kausale sein und denken und funktionieren indem man da quasi unterwegs ist und darüber hinaus gibt es aber eben noch eine ganz andere ebene des menschseins und das ist auch das interessante dass die klassische konventionelle psychologie gerade diese bereiche die menschen oftmals wenn sie sie mal irgendwie erfahren haben durch zufall oder gezielt versucht haben dort hinzukommen also durch bestimmte praktiken das gezielt evoziert haben die die psychologie aber eben am wenigsten messen kann oder auch sich am wenigsten damit beschäftigt hat obwohl es eigentlich wie die menschen die diese dinge erlebt haben in der regel sagen für sie die signifikantesten und wichtigsten und ausschlaggebendste erfahrungen ihres gesamten lebens waren und psychologie hat sich bis zu dem zeitpunkt dieser transpersonalen bewegung relativ wenig damit beschäftigt im mainstream es gab immer ausnahmeerscheinungen wie assa jolly karl gustav jung und und auch viktor frankel und andere leute natürlich auch freud hat sich im grunde am rande mit diesen dingen natürlich auch beschäftigte hat das dann aber häufig anders auch gedeutet und natürlich davor auch andere leute wie dann william james und so weiter genau und auf diesen ganzen urgestein sage ich mal wurzelt so ein stück weit das ganze auch und in den 50er jahren ende der 50er jahre war das eben auch das sogenannte human potential movement das war so in kalifornien das ding der stunde damals wo man eben wo es ganz gezielt darum ging das menschliche potenzial bestmöglich zum zur geltung zu bringen und den menschen nicht mehr so sehr defizit orientiert pathologisierend vergangenheitsbezogen zu sehen und auch nicht so sehr als nur behavioristisch als als ratte oder tier dass man eben ein bisschen belohnung oder bestrafungssystem so tokensystems mäßig eben halt ein bisschen konditionieren muss und dann läuft schon also das nannten die humanisten damals so zynisch fett und schmieretherapie und darauf aufbauend gab es dann damals eben die idee als man dann in der humanistischen bewegung sehr stark eben genau oft auf diese ganzen ganzheitlichen aspekt des menschseins geschaut hat das körper und geist eben ja irgendwie eine einheit sind das war ja damals auch eine hybris hoch 10 das war ja sowas zu sagen also das war ja alles nur rein kopf mäßig so dachte man und da haben die humanisten ja sehr stark daran gearbeitet in der körpertherapie die dann da aufkam auch ausgehend von reich der auch mit der atemtherapie damals schon begonnen hat natürlich schon früher aber das hat sich dann erst in der zeit so richtig durchgesetzt und die systemischen therapeuten auch die hypnotherapie kamen dann ja auch erst so richtig zur geltung und in diesem ganzen fahrwasser so dass man auch zum beispiel dann erkannt hat moment eine familie eine firma ein dorf ein haus das sind ja alles gemeinschaften aus systeme das alles miteinander interagieren wenn du jetzt das pathologisch pathologisch erkrankte individuum da rausnimmst und machst du wieder fit und schickst dir wieder ein gleiches pathologisches system rein das kann ja keine lösung sein und so war das dann auch die kinder die dann häufig irgendwie sich mit zehn jahren immer noch eingenässt und eingekotet haben die haben nachdem sie ins system zurück haben das wieder gemacht und vorher war es weg dann als sie raus waren und hat man immer gemerkt okay das liegt ja gar nicht nur am symptomträger sondern auch am system und in dieser ganzen denke wo man immer angefangen hat den menschen immer mehr holistischer zu sehen und gesagt okay das potenzial ist ja noch mehr als das körper und geist miteinander harmonieren und und ja das das stimmig ist und diese verschiedenen persönlichkeitsfanzetten zu erforschen und so weiter dass darüber hinaus da noch was gibt und da haben wir die ganzen alten kulturen darüber gesprochen geschrieben ja und und es gab ja immer auch leute die diese diese sachen auch erforscht haben praktisch erforscht haben manchmal bei den nordamerikanischen uranwohnern manchmal in südamerika wo dann wo sie dann geguckt haben was passiert da eigentlich wenn man jetzt zum beispiel peyote einnimmt oder so ja und genau diese ganzen sachen haben dazu geführt dass dann auch vor allem der kontakt damals mit indien und asien auch verstärkt stichwort daneben zu gurus senden und buddhismus und yoga und so das hat so dazu geführt dass man eben angefangen hatte zu sagen okay diese ganzen dinge die sind ja nicht die haben die ganzen traditionellen kulturen diese spirituellen esoterischen wege die haben die ja nicht zum spaß gemacht sondern die hatten ja irgendwie sinn sonst hätte man das ja nicht durchgezogen rund um den globus in einer kulturell anderen chiffre oder ausprägung aber man hat es irgendwie auf eine ähnliche weise hat man diese gleichen bereiche angesteuert mit einer anderen kulturellen chiffre halt aber das ziel war ähnlich ja oder vielleicht das gleiche und ja und wenn die das so lange gemacht haben dann muss das ja im sinn haben ja und wenn man jetzt mit menschen in der therapie kontakt ist und da sind leute in schweren krisen oder durchbruchs erfahrungen und so weiter die haben diese haben ja ähnliche erfahrungen und dann hat man auf einmal gemerkt mensch das muss man mit einbeziehen ja und warum soll man wenn wir vom human potential sprechen vom maximalen potenzial damals war ja auch lsd und so weiter war ja ganz stark ganz groß und der professor natt hat ja kürzlich da letztendlich vor zwei drei jahren hat er diese brain scans gemacht dass das gehirn daneben normal und auf lsd und dann alles am flackern volle beleuchtung da oben ja also wenn man zum vollen potenzial redet ich will jetzt nicht sagen dass jetzt jeder irgendwie da was einschmeißen muss mit lsd und so ich will nur damit sagen dass man in dieser zeit damals viel herum experimentiert hat und dann schon die idee hatte dass es doch weitaus mehr gibt als das was wir gemeinhin so annehmen und das ist dann in diese begründung da war halt der erben maslow anthony sutic und der stanislav grof von dem der begriff auch kommt die waren da ganz wesentlich daran beteiligt und es meslow hatte vorerst die idee ist trans humanistische psychologie zu nennen das ist halt über die humanistische hinausgeht und grof hat dann das transpersonale eingebracht also das ist über die persönlichkeit oder man könnte auch sagen über die persona über die man ausreicht ja genau die alltags ich struktur oder alters ich maske dass es darüber hinaus geht dass man so als kurzer wunderbaren historischen abriss eigentlich dessen was transpersonale psychologie ist oder worin sie verwurzelt ist und ich sehe da auch historisch eine gewisse parallele wenn wir so wissenschaftsgeschichtlich anschauen eigentlich zu der entwicklung in der physik da hatten wir ja auch im 19 jahrhundert noch sein stark deterministisches materialistisches weltbild und viele glauben noch heute eigentlich dass die physik so funktioniert sondern so nach newton und dann anfang des 20 jahrhunderts gab es dann diese wände es gab albert einstein es gab die unschärfe relation selbst in der mathematik mit kurt gödel den unvollständigkeitssatz der mathematik das heißt es gab dann verschiedene neue erkenntnisse in diesen naturwissenschaftlichen bereichen die dann letztlich ja auch dazu geführt haben dass sich die physik und die naturwissenschaften ja dann auch auf eine gewisse weise der mystik wieder annähern oder oder dessen was viele religiöse systeme seit jahrtausenden schon lehren und in der psychologie haben wir diese entwicklung die du gerade geschildert hast die die verlief etwas analog dazu wo es dann auch wieder diesen dann dazu führte dass man dann einfach erkannt hat hey wir müssen zurück zu den wurzeln wir müssen bei in der vergangenheit schauen was haben die antiken kulturen gemacht wir müssen mal schauen was machen acharische kulturen das machen indigene völker was gibt es dort eigentlich für techniken für bewusstseins und heilungstechniken und inwieweit lassen die sich implementieren oder inwieweit lässt sich die westliche psychologie davon inspirieren in den therapeutischen praktiken und das ist eigentlich interessant weil so in dem sowohl in der mainstream naturwissenschaft sage ich mal oder dem verständnis davon als auch in der durchschnittspsychologie der psychotherapie ist das gar nicht so zur masse eigentlich durchgedrungen was für was für was für bahnbrechende erkenntnisse dort so in den letzten jahrzehnten eigentlich gemacht worden sind und ich und ich finde es auch immer wieder bezeichnend wenn man mal guckt die die ja kassenärztlich geförderten psychotherapieverfahren jetzt denken wir an die verhaltens kognitive verhaltenstherapie oder die psychoanalyse die die bewegen sich ein verein ausschließlich auf dieser kognitiven rationalen ebene es wird mit dem verstand gearbeitet und versucht darüber letztlich therapeutische erfolge zu erzielen während die techniken über die wir ja heute sprechen wollen die die aus dieser transpersonalen richtung stammen sowohl den körper mit einbeziehen als auch veränderte bewusstseins stufen ja es kommt es kommt ein bisschen darauf an also es gibt ja also so würde ich sagen es gibt ja in jedem verfahren gibt es ja immer gute leute und und gut meine ich die die sind alle irgendwie die offen und 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 orientieren sich nach allen seiten und so ich denke das kann man nicht so unbedingt am verfahren festmachen und es gibt ja auch in in all diesen schulen gibt es immer auch strömungen die dann schon diese komponente mit aufnehmen auch in der verhaltenstherapie gibt es mittlerweile ansätze die da für auch diesen bereich zunehmend sich öffnen nach ellis zum beispiel diese sachen oder eben wie gesagt jung ist ja auch der analytische psychologie und der ist ja mit einer der wesentlichen begründer dieser ganzen denkungs art überhaupt so und das kommt so ein bisschen würde ich dann sagen darauf auch noch mal an was für ein schwerpunkt derjenige liegt aber ich aber grundsätzlich wenn jemand natürlich sich dadurch studium geprügelt hat und dann noch womöglich sechs jahre oder acht jahre dann die ausbildung geschoben hat mit assistenz ja und kostenfrei und dies und jenes ich könnte mir vorstellen dass viele irgendwann auch froh sind dass er einfach da jetzt dann noch und dann auch einen platz kriegen das ja auch noch schwierig gerade in deutschland dann kostet das meistens noch viel geld wenn wir den kauf mussten möglich und dann irgendwann bist du glaube ich einfach froh wenn du dann da jetzt drin bis irgendwie im system und jetzt da halt irgendwie ja letztendlich die lizenz hast zum geld drucken weil du hast dann einfach die die leute die die meisten therapeuten haben ja einen vorlauf bis wer weiß wohin weil das system ja völlig unter also überfordert ist und unter belast also unter belegt ist so würde ich sagen und und ja ich denke dann ist vielleicht auch bei dem einen oder anderen so eine gewisse trägheit kommt dann einfach so eine system trägheit das kennt man ja aus anderen bereichen auch und und vor allen dingen es ist ja auch so dass diese bereiche nach wie vor für viele so ein bisschen shady sind so und oh gott da sollte ich näher da riskiere ich doch jetzt meinen ruf und so also das sind meistens eher menschen aus eher so alternativen bereichen wie bei wie ich jetzt die die nicht diesen mainstream weg gegangen sind sondern die von anfang an gesagt haben nee ich gehe ich mache meinen weg außer außerhalb des systems und ich gehe den halt für mich selber und ja solche menschen sind eher da angesiedelt weil die anderen haben doch irgendwie was zu verlieren so gefühlt glaube ich oftmals ihren platz im system und ich stimme dir natürlich mit dir vollkommen überein man muss differenzieren weil wie ich das geschildert habe war etwas vereinfachend man kann es nicht jetzt einfach nur an der methode so festmachen aber ich wollte eine gewisse tendenz aufzeigen ich glaube das trifft zu aber natürlich es gibt gute und fundierte therapeuten oder die auch über den tellerrand hinaus schauen überall aber ich gebe dir also ich gebe dir recht zum beispiel also bei deinem blickwinkel wenn man jetzt auf die zeit zum beispiel dieser gründungszeit damals guckt aber das natürlich ganz extrem ja da gab es in diese in diese richtung der öffnung eigentlich fast nix und man hat wirklich hardcore mäßig also der behaviorismus der ist ja auch interessanterweise also das wissen ja viele gar nicht im nationalsozialismus hat man ja diese pädagogik dann gehabt von dr johanna hara die deutsche mutter und ihr erstes kind war ja so der bestseller dann gab es ja dann bis in die 80er jahre hinein noch unter etwas anderem titel und da wurde ja ganz klar dann so empfohlen die kinder schreien zu lassen sie nicht zu lange am körper zu tragen nicht zu lange zu stillen sie zu ignorieren und so weiter und wo wir heute ganz genau wissen das macht alles bindungstrauma ohne ende und ja macht empfänglich für entsprechende autoritäre strukturen hinterher und solche ähnlichen geschichten produzieren wir natürlich auch mit den wie man aus der bindungsforschung weiß mit den kitas wenn man die kinder da sehr früh abgibt und ja diese ganze sache ist wird immer gesagt hitlers erziehungsideologie das kam eigentlich aus dem behaviorismus weil der begründer der watson der hat das also schon in den 20er jahren gesagt also streicheln sie ihr kind niemals geben sie dem kind nur formell die hand und so weiter und bestärken sie es nicht und dies und jenes und dann hat er auch gesagt er könnte aus jedem kind alles heraus meißeln was er wollte also er könnte aus jedem kind ein dieb machen bettler superstar im was weiß ich was sport ja und hatte dann mal so diese diese negativen konditionierungstests gemacht auch wo er dann zum beispiel einem kind weißen hasen gezeichnet hat und hat dann so ein schepperndes geräusch gemacht ja mit dem hammer irgendwo drauf gekloppt und 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 nachher kam eben jedes mal wenn der weiße hase kam kam bei dem kind schon die ganzen stresssyndrome und das haben das hat er später dann skinner und pavlo fand das ja weiter gemacht und ja bei skinner gibt es ja auch ganz unrühmliche sachen die da so in seinem umfeld gelaufen sind und einer der hauptvertreter also skinners buch ist ja auch ganz entscheidend beyond freedom and dignity hieß das und rogers der hat ja ein hauptvertreter der humanistischen psychologie den klienten eben zu einem mittelpunkt gestellt hat und auf die ressourcen auch geschaut hat und die stärken anstatt nur auf das negative immer der hat dann skinner ja auch sehr damals sehr attackiert konfrontiert für diese ideologie eben und in dieser zeit gab es eben sehr sehr viele die super mechanistisch auch unterwegs waren und den menschen wirklich rein als maschine die man abrichten muss und drillen muss und da kam ja auch dann damals die ganzen sozialexperimente auf ash und milgram und diese ganzen geschichten sind bado natürlich stanford prüsen experiment und ja das welle experiment zu wave und so und das passt alles so ein bisschen in diese zeit man hat auf der einen seite wollte man verstehen wie ist der nationalsozialismus zum beispiel wie ging das und auf der anderen seite hat man aber eigentlich in der psychologie und so weiter immer noch dieses abrichten und so weiter gemacht mit leuten und parallel liefen in dieser zeit ja auch ganz viele andere experimente mit menschen die nicht eingewilligt hatten in solche maßnahmen fast zynisch vermuten der nationalsozialismus so ein großes freiluft experiment es ist es ist ja auch sehr interessant das war mir jetzt neu dass diese diese pädagogischen ansätze im dritten reich auch amerikanische vorbilder hatten aber es ist ja in anderen themen bereichen schon lange bekannt und erforscht dass der nationalsozialismus in vielerlei hinsicht auch von angelsächsischen denkern inspiriert weil ich sage nur so stichwort eugenik sozialdarwinismus ja das spannende ist ja auch dass man hinterher dann über diese ratten linie die ganzen hohen nazis dann da wieder rüber geholt hat die dann wiederum bis in die 70er bis das aufgeflogen ist dort dann wieder diese menschen experiment in usa weitergemacht haben an da waren ja zig universitäten und kliniken beteiligt da hat der colin ross auch ein psychiater hat da mehrere bücher darüber geschrieben gab es ja auch ein paar gerichtsprozesse die dann für die betroffenen auch entsprechend positiv ausgegangen sind also es ist keine plumpe verschwörungstheorie das war so ja und das ist de facto so gewesen und da waren unzählige wie gesagt kliniken universitäten forschungseinrichtungen etc beteiligt das ist nichts kleines gewesen zwar im großen stil und da hat man dann zum teil diese leute für die halt das drüben gelernt haben in deutschland damals die hat man da rüber geholt und die haben das zum teil dann auch gemacht oder noch abgedrehter in kanada war das zum beispiel der gutachter von rudolf hess ja also der der gerichtsgutachter der kanadische der ihnen beurteilt hat in nürnberg hat selber diese sachen dann mit patienten die nicht eingewilligt haben also richtig so folterklamotten mit elektroschocks ohne ende und so weiter es wurde dann da gemacht ist unglaublich du hast vorhin einen namen erwähnt und ich würde da gerne mal kurz darauf eingehen wollen für die die nicht kennen weil das ist eigentlich von seinem ganzen ansatz her so eine gegen entwurf zu dieser dieser art der psychologie das ist karl rogers karl rogers sein ansatz dieser klientenzentrierten therapie den fand ich immer sehr interessant weil die kommt recht ich würde schon fast sagen simpel und harmlos so daher aber wenn man sich damit mal beschäftigt von der von der grundhaltung her die die rogers gelehrt hat kann man viel lernen eigentlich den 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 patienten oder klienten sprechen ich ungern von patienten den klienten so in den fokus zu setzen und ihnen erstmal auch bedingungslos in seinem so sein wie er jetzt gerade dort ist erstmal anzunehmen und und ihm einen raum zu geben sich wir haben könnte sagen zu entfalten und auf eine nondirektive art an ein heilungsprozess anzuregen habe ich das richtig wiedergegeben wird das auch so bestätigen oder wie was ziehst du aus rogers wie deutest du ja das ist seine leistung weil ich glaube rogers ist eine basis ja total ja also absolut das ist so das ist ein bisschen auch für mich etwas rogers ange gemacht hat basiert sehr stark für mich auf der grundlage auch von dem was fritz pearls in der gestalttherapie als basis so gelegt hat auch für viele für viele humanisten da ist er ja auch so ein urgestein und auch was auch die philosophie martin bubers dass der mensch eben zu sich selbst wird im kontakt in der begegnung ja am anderen hat zum ich am du ja und das ist ganz stark in dieser rogerianischen bewegung drin obwohl da auch zum teil natürlich wie in allen bewegungen auch natürlich eine gewisse form von rigidität nachher reingekommen ist deswegen soll rogers glaube ich in seinem letzten interview gesagt haben ich habe es nie verifiziert und da hat er mir sowas gesagt ich bin alles nur kein rogerianer und das hat mich wieder zu der annahme zu also zu der in meiner annahme bestätigt dass diese schulen letztendlich auch häufig ja wenn sie so selbstzweck werden an sich so kannibalisieren also die werden dann eigentlich sie soll ich sagen also diese essenz dieser person als bei ericksonianer ist auch so manche haben die sprachfehler von erickson dann kopiert weil weil er die kinderlähmung und so und das ist das ist natürlich bekloppt also tatsächlich das wusste ich gar nicht also ich wusste dass er gelähmt war aber nicht dass man dann seine schüler seine sprachfehler er gibt es auch so die das auch so versucht haben dann und das sind alles so sachen also man braucht ja keine eulen nach athen tragen oder irgendwie so könnte man vielleicht auch sagen das ist alles man macht diese spricht diese menschen dann so heilig und versucht das alles dann nachzuahmen und so und das ist das ist am ding vorbei also rogers hat wirklich diese begegnung ja das war für ihn das ganz essenzielle und das wissen wir ja heute aus der ganzen traumaforschung auch das sagt ja porges auch in der polyvagal theorie und so weiter dass wir gerade im kontakt in der beziehung über gestik über mimik dass wir darüber überhaupt erstmal ein vagus online kriegen und dann ja im grunde daran dann auch im hier und jetzt ist auch wieder das element aus der gestalttherapie im hier und jetzt daran wachsen können ja ja in der begegnung dafür brauchen wir eben anderen der andere ist eben das gegenüber der spiegel weil wenn man selber nur in seiner eigenen suppe schwimmt dann erkennt man viele sachen in dem moment gar nicht wo sie passieren wenn man nervensystem zum beispiel gerade abdreht und ich in den dorsalen shutdown rutsche also die starre in den freeze das kriege ich selbst ja gar nicht in der regel mit sonst wäre ich hätte ich das problem ja nicht und dafür brauche ich jemanden im außen und das dafür ist jemand dann ganz wichtig entscheidend der da ist mich wahrnimmt mich spiegelt wobei rogers mit dem spiegeln das ein bisschen teilweise ins extrem getrieben hat und die rogerianer noch mehr und deswegen hat er das vielleicht nachher auch revidiert und einer seiner schüler der eugen t gentlin der hat dann ja gesagt wir wollen nicht nur spiegeln sondern wir wollen auch herein lassen also wir wollen es auch selber ein stück weit spüren und da in uns ein feeling entstehen lassen ein fell sense entstehen lassen also sprich gut feeling also im ätherischen bauchhirn und da aus der resonanz heraus mit dem anderen in kontakt bleiben und das ist ja sehr progressiv gewesen was der gemacht hat auch der gentlin was wir dann eigentlich im grunde heute in den ganzen traumatherapien nach peter levin und anderen leuten ist das ja auch alles drin so ja ich glaube auch was das besondere dann dann an rogers war seine arbeiten sind ja wenn ich das jetzt historisch richtig einordnen so ungefähr in den 50ern entstanden so roundabout und und dieser ansatz den klienten in den vordergrund zu stellen ihn zu spiegeln ihn wahrzunehmen und ihn auch erstmal so bedingungslos anzunehmen das stand ja auch zeitgeschichtlich in einem totalen kontrast dazu wie die psychiatrie in dieser zeit gearbeitet hat oder wie wie es in der psychoanalyse dann ablief wo es tendenziell immer sehr stark wertend war also wo man auch erstmal diese diese patienten rolle zugeschrieben bekommen hat oder die die rolle des kranken oder des verrückten und ich meine rogers der hat sich teilweise mit psychotikern hingesetzt und denen zugehört und mit denen gesprächstherapie gemacht und dinge getan die in seiner zeit völlig undenkbar waren die aber für die für diese arbeit wie wir sie heute machen eigentlich wirklich schon standard ist also von der grundhaltung her total banal fast schon aber wie gesagt ein halbes jahrhundert zurück wirklich revolutionär war und was du vorhin auch beschrieben hattest so über diese tendenz der schulenbildung ich finde ganz besonders extrem ist das so bei der psychoanalyse mein persönlicher einstieg in dieses ganze themenfeld psychotherapie oder psychologie war die auseinandersetzung mit freud also ich habe dann irgendwann mal die traumdeutung von freud gelesen und da war ich schwer begeistert ich finde es auch immer noch er selbst hat auch gesagt das ist sein bestes buch ich glaube es auch und dann habe ich viel freud gelesen und dann andere psychoanalytiker aus dieser frühen zeit und das war erstmal für mich der einstieg so in diesen ganzen bereich und dann habe ich und die sind natürlich anspruchsvoll zu lesen freud das ist jetzt nicht einfachste lektüre aber ich fand ihn im großen und ganzen gut verständlich und wenn ich mir jetzt was ich sporadisch mal mache dann so zeitgenössische psychoanalytische literatur durchlese was hin und wieder mal passiert weil wenn ich mich da ein thema sehr interessiert dann stelle ich doch immer wieder fest ich finde die texte fast schon kryptisch also ich wenn ich jetzt zum beispiel an otto kernberg denkt den kann ich kaum verstehen also das dann frage ich mich immer wie kann das denn sein dass du über so eine spannung von 100 jahren in so einer schule in so einer disziplin das schon so zu einer so extremen fachsprache zu so einem fachchinesisch wird zum jangon für eingeweihte das ist schwieriger schon zu verstehen ist als die urtexte und das ist jetzt reden wir nur über die literatur aber natürlich ja ich glaube das hängt das hängt mit diesem legitimationsbedürfnis auch zusammen weil das ja im grunde keine ursprünglich keine wissenschaft war im eigentlichen sinne ja sondern eher eine art ich sag's jetzt mal philosophie ja und diese dieser 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 mangel das hat freud glaube ich auch lange stark beschäftigt und und da hat er immer sehr stark um diese anerkennung gerungen ich glaube aus allein aus dieser dynamik heraus ist vielleicht auch so was wie dieser diese oedipus theorie und so überhaupt zu erklären weil das ja im grunde grob fahrlässig war so ein ding rauszulassen in der zeit wo viele frauen einfach dann missbrauch auch erlebt haben in der familie und dann zu sagen ja das machen die selber die verführende papa und um damals nicht in den konflikt mit dem patriarche hat dieser zeit zu kommen weil da wusste er glaube ich ganz genau wenn er das macht weil ich denke er wusste ganz genau was da abgeht dann dann wäre ihm das voll um die ohren geflogen der dann hätte er mit seiner mit seinen ganzen theorien hätte glaube ich nicht mehr landen können in der zeit und das muss man glaube ich auch sehen und dann hat man da darauf aufbauend auch dann lange versucht glaube ich so eine rechtfertigung zu finden und dann muss das halt immer akademischer werden und immer komplizierter und die dinge sind ja eigentlich am ende des tages die meisten dinge sind relativ relativ einfach natürlich hast du immer verschiedene gründe und ursachen warum bestimmte dynamiken so und so sind aber ganz viele dynamiken sind sind doch relativ ja wie soll ich sagen wenn man in beziehung steht ja häufig relativ gut zu verstehen einfach zu verstehen und diese ganze dieses ganze verkomplizieren dahinter das ist genau das was du sagtest das ist dann schon fast eher wie ein kult hätte ich beinahe gesagt ja es ist ja auch wie du wie du schon sagtest die freud war angetreten mit der psychoanalyse um sie als neue wissenschaftsdisziplin zu etablieren und er selbst war ja ein materialistischen weltbild verhaftet und hat ja auch war atheist hat letztlich ja hat ja auch noch bis bis zu seinem lebensende auch mit seinem judentum gerungen hat eine seiner letzten schriften beschäftigt sich dann mit moses also er hat schon er war immer so an der grenze zu diesen themen er hatte ja auch cg jung als schüler der ihn da sicherlich durchgerüttelt hat sage ich mal einige seiner schüler ja ja einige da will ich auch noch zurück so zu sprechen kommen er selbst hat aber auch eine terminologie für die psychoanalyse gewählt die eigentlich der der physik angelehnt ist denken wir nur an sowas wie verdrängung also verdrängung ist eigentlich wenn ich wenn ich wenn ich mich in die badewanne lege dann verdränge ich das wasser so solche sachen oder oder seine in star psychischen instanzen also es war ein bisschen technisch angehaucht technisch physikalisch angehaucht an aber trotzdem ja eine interessante pionierleistung nur sind dann auch einige seiner schüler recht schnell würde ich sagen so im gewissen maße über ihn hinausgewachsen ich denke denke jetzt cg jung klar der die der sich wieder da der der spirituellen tradition gewidmet hat wilhelm reich der den mit der vegeto therapie dann den körper praktisch die 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 somatik wieder eingeführt hat und dann auch festgestellt hat dass die sogenannten neurosen sich dann auch in körperzentren die verspannt sind wiederfinden ja und die ganze sexualtherapie also freud hat er ja nur ich sag mal nur drüber geredet viel drüber geredet natürlich kommst du ach so das wollte ich vorhin auch sagen natürlich kommst du bei dieser sogenannten redekur die ja ich würde sagen ableitung aus der hypnose ist daher kommt ja auch die couch kommst du schon auch in tiefere prozesse dann rein ja auch die dann die bereiche die sonst nicht so zugänglich sind durchaus anzapfen ganz klar aber es ist natürlich nur mal ganz andere kategorie zu dem was zum beispiel dann eben ein wilhelm reich gemacht hat dann mit seiner körper und atem arbeit deren die ersten sexualberatungsstellen auch in deutschland gegründet hat in 30er jahren und so ne das ist alles natürlich eine enorme pionierleistung auch die dann wirklich für die leute auf der straße auch eine ganz konkrete lebenshilfe geboten hat oder ein adler oder oder fernschi oder also die otto rank also würde ich sagen dass das erste mal eigentlich in dieser szene des geburtstraum an den fokus gerückt genau ja genau und die sind ja alle verstoßen worden die guten also die die wirklich guten renegaten die sind ja alle dann vom vater quasi vom das war sehr stoßen worden ich bin damals ja auch als als ich damals so freud anhänger war oder das heißt anhänger auf jeden fall ich habe ihn als autor geschätzt als 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 philosophen so ich fand ihn toll ist er ja auch irgendwo so oder da bin ich dann ganz brav in london als ich mal in london hals ins freud museum gepilgert also er ist ja ins exil gegangen ist 38 und dieses museum ist auch atemberaubend wer mal da ist besucht das da ist ein altes arbeitszimmer im originalzustand erhalten und da ist halt auch seine ganze bibliothek all seine bücher und in der führung in dem museum wurde dann so ein interessantes detail verraten viele der bücher die er da stehen hatte die von seinen schülern stammten waren ungelesen das konnte man am buchrücken erkennen der gar nicht irgendwie durchgeknickt war also das heißt der hat manches was dann so seine schüler publizierte haben selbst scheinbar nicht gelesen auch wenn er die bücher besessen hat das fand ich auch irgendwie interessant aber wir wollen heute ja eigentlich nicht über sie und freud so explizit sprechen sondern wir haben jetzt eine rückschau gemacht so ein bisschen psychotherapie historie wir wollen über die transpersonale psychologie sprechen und hier vor allem über techniken die sich zur heilung einsetzen lassen zur heilungsarbeit und dann auch schauen haben die gewisse bezüge zum zum schamanismus aber kommen wir vielleicht später drauf und ich würde als erstes gerne über dieses hypnagoge atmen sprechen oder holotropes atmen oder atemtechniken und auch einfach mal so für die zuschauer denen das vielleicht neues mal so aufwerfen was hat denn jetzt eigentlich der atem dann mit unserer psychischen gesundheit zu tun wie hängt das zusammen wie kann das eigentlich sein ich werde bevor ich dir das wort jetzt gleich gebe eine anekdote erzählen ich habe mal das war mein yoga seminar was ich bei einem inder besucht habe dann ging das um kriya yoga auch ganz interessant und er hat so einen interessanten satz gesagt man kontrolliert seinen geist über seinen atem oder habe ich das habe ich damals nicht verstanden weil ich dazu noch nicht bereit aber lange darüber so sinniert und dann bin dadurch spätere forschung eigentlich dahinter gekommen was der eigentlich gemeint hat aber vielleicht jörg fängst du jetzt mal an zu erklären was hat es mit diesen ganzen atem arbeiten auf sich ja also hast du ja schon gut getroffen eigentlich jetzt so ne die die inder haben da ja einfach eine ewig lange tradition in dieser erforschung gerade im pranayama weg des yoga des atems an sich und die indische kultur osho hat ja mal gesagt es gibt eigentlich nur zwei religionen auf der welt die westlich und die östlich von euphrat und tigris und ja die östlich sind eben die die halt auch diese schatten aspekte mit einbezogen haben und nicht dualistisch gespalten haben und die eben halt nach wie vor diese wege der mystik und oder der esoterischen erfahrung und nicht nur der exoterik also der buch lehren und der gebäude und so weiter sondern auch wirklich den direkten zugang beibehalten haben und weiter zugelassen haben wohingegen halt im westen also bei uns oder in der abrahamitischen religion vor allen dingen der der mystiker meistens verfolgt wurde oder auf dem schatterhaufen gestellt wurde oder ja noch so und der direkte zugang war nicht so oder ist bis heute nicht so nicht so ganz beliebt nicht so gerne angesehen sieht man ja auch beim williges seger zum beispiel der ist ja auch noch in klausur geschickt worden aber und bei uns ist die die mystik richtig in den untergrund gedrängt ja genau ja klar also wir haben natürlich all diese tradition ich sage jetzt so stichwort rosenkreuzertum gerade wenn wir jetzt über deutschland sprechen aber es ist was untergründiges das ist so parallel zur mainstream religion haben wir natürlich diese dinge auch aber sie sind nicht so zugänglich wie wie das jetzt in indien oder nepal der fall ist oder in tibet wenn man in diesen kulturen eintaucht ja ja und ja und das ist eben den alten kulturen diese lange tradition haben ist es eben erhalten geblieben das geht diese ganzen sachen gehen ja zurück bis in die vorzeiten kann man sagen also bevor es diese hochreligion gab also wo wir eher diese animistischen animistischen tribalistischen stammes kulturen hatten und da sind diese sachen ja auch eben schon beheimatet und da gibt es eben dann auch gewisse in diesen schulen gibt es eben auch gewisse geheimschulungen die natürlich nach und nach immer wieder auch dann in den westen durchgesickert sind mal mehr mal weniger bestes beispiel ist die tummo atmung die dann von den tibetern in dem hochland gemacht wird um den kälte um der kälte zu widerstehen das eis zu schmelzen so und da gibt es also sehr viele verschiedene techniken wiederum die da halt sinn machen können und wir könnten jetzt vielleicht mal grob unterscheiden zwischen einer atembeschleunigung ja die die mehr feuer rein bringt die mehr energie zuführt und den organismus im grunde in wallung bringt die den sympathikoton bereiche ansprechen und er die 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 atemtechniken die wiederum eher diesen ventral bagan bereich ansprechen die eher runterfahren die eher in den bereich der entspannung gehen und ja die dafür dienen eben halt wiederum sich zu zentrieren und im hier und jetzt anzukommen ganz bewusst und ja da ist nicht das eine gute oder das gute und das andere schlecht die dosis macht das das der punkt ist ja der das hat butenko ja und andere haben das ja beschrieben dass wir in der modernen kultur eigentlich alle schon fast täglich in so einer art hyperventilation uns befinden in so einer art über atmung ja weil wir im grunde also viele viele atmen 20 plus mal pro minute und das ist eigentlich eine ungesunde atemfrequenz also er hatte so die idee dass man es runterbrechen kann auf acht mal pro minute und das oder noch weniger zum teil ja und das das geht durchaus man ist nur meistens den tag über unbewusst und dann wird man geatmet und man macht dann nicht den bewussten atem schritt und diese über atmung die führt aber bei vielen leuten eben dann wieder in die sympathikotoner erregung in den stress in dann herzschlag schwitzen etc und auch in ängste zum teil also wenn leute angst und panikattacken haben dann haben wir ja in der regel diese überatmung am laufen ja und da wäre dann statt hyperventilation hypoventilation sinnvoll möglicherweise das zu üben und dann könnte man aber auch in die gezielte hyperventilation gehen das ist ja dann beim holotroman der der fall da wird gezielt bewusst sich dafür entschieden okay ich mache das jetzt für einen zeitraum von drei stunden oder vier stunden und mache da eben diese über atmung und dann plus musik und sound und so weiter dass ich das alles auf mich wirken und gehe in diesen bewussten ausdruck in begleitung dann natürlich ja also beim holotropen atmen ist es halt so das ist halt auch eine markenrechtliche thematik aus den usa und da darf eigentlich nichts daran verändert werden das ist eine ziemlich klar geregelte struktur wie das so zu sein hat und sobald da was modifiziert wird darf das nicht mehr so heißen und ich habe jetzt in den letzten jahren eben sehr viel mich mit trauma und diesen dingen beschäftigt mir ist auch ziemlich schnell klar geworden dass in unserer westlichen kultur eigentlich keiner rum rennt der nicht irgendeine form von trauma an der backe hat ja entwicklungsmäßig oder eben irgendwelche schock geschichten peter hat es ja auch mal gesagt peter lewin dass das im grunde schon alleine diese überwältigung im nervensystem in der abwesenheit eines wohlwollen anderen da hat man wieder das prinzip von roger ja von rogers dass das schon letztendlich eine traumatische qualität hat also trauma ist ja eigentlich ursprünglich immer nur die sind immer im allgemeinen verständnis immer nur die ganz großen sachen wie naturkatastrophen überfälle vergewaltigung und unfälle und ja das kann man also nach dem heutigen verständnis viel breiter fassen und wenn man das so breit fasst dann wird einem klar es gibt eigentlich keinen der das nicht irgendwann erlebt hat und wenn menschen mit diesen dingen in kontakt kommen da hat man in den frühen 70ern ist man halt davon ausgegangen da musst du noch mal rein und dann wird alles gut und das ist nicht per se der fall das wissen wir heute und für viele menschen ist es eben dann eben eher besser titrierte regulierte dinge zu tun das heißt die die feinschrittlich laufen wo es darum geht eben das toleranzfenster zu stärken zu erweitern den vagus zu stärken zu aktivieren in diese soziale interaktion zu kommen im hier und jetzt anzukommen und dann wäre möglicherweise auch eine andere atemarbeit sinnvoll und um dem rechnung zu tragen habe ich so jetzt eben mein ding geschaffen wo ich quasi diese ganzen neuen erkenntnisse auch mit einbeziehe und sowohl in die eine richtung gehe der beschleunigung als auch in der in die hypoventilation oder in die retention menschen und da bauen sich ganz viele verschiedene dinge drum herum das ist also keine methode in anführungsstrichen wo eine sache gemacht wird sondern es ist eher eine art philosophie auch also du hast du hast wenn man das so zusammenfasst kann auf basis des holotropen atmens in verbindung mit deinen eigenen ja wirklich jahrelangen erkenntnissen in theorie und praxis dann letztlich ein eigenes konzept entwickelt eine weiterentwicklung aber mehr als nur eine methode sondern es ist wirklich sehr holistischer ansatz für die bereiche miteinander verbindest und auch eben moderne erkenntnisse mit verbindest und offen für neues bisher und warst und hast das daraus entwickelt ich würde dir auch zustimmen ich finde das ganz wichtig was du gerade gesagt dass über das trauma dass eigentlich so viele menschen oder prinzip jeder mir ist auch keiner persönlich bekannt ohne trauma wie gesagt traumatisiert sind und dass unsere kultur aber so beschaffen ist also so im sozialen kontext dass wir dazu neigen als normalen bürger in der westlichen zivilisation das zu verleugnen wenn du die meisten fragst hast du körperliche wehwehchen dann sagen sie alle ja ich sehe nicht gut und der andere hat es hat ja nacken das ist völlig okay grippe darfst du auch mal haben aber wenn du dann fragst und hast traum wie und wie warst du in der kindheit oder so nee da wird geblockt alles super oder habe ich fest im griff ich meine das ist ja in deutschland entschuldigung ja näher und dem ist halt eben nicht so sondern die leute laufen mit ihnen oft ja sogar mit ihren multiplen traum traumata durchs leben werden dadurch negativer weise geprägt in ihnen auch dann in ihrer beziehungsinteraktion das heißt unser beziehungsleben ja klar leidet darunter und wir hatten das ja auch vorher schon ausgeführt hast dann wieder aber den faktor dass die beziehungen so wichtig sind zur gegenseitigen heilung das heißt traumatisierte individuen die miteinander in interaktion gehen die können sich eigentlich dann in einem gewissen sinne auch nur noch gegenseitig schädigen oder oder triggern sich vor allem muss da eingehen und leben und und abhängigkeiten und und dann wird es immer komplexer dann ist das ganze soziale system irgendwann geschädigt und das ist eigentlich unsere derzeitige situation in der westlichen zivil welt und deshalb deutschland spielt ja noch mal eine sonderrolle würde ich sagen und 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 deshalb ist es aus meinem verständnis eigentlich so wichtig dass wir so heilarbeiten leisten und auch eine aufklärungsarbeit machen dass mehr menschen bewusst wird sie haben da eigentlich einen bedarf sich mit sich selbst zu beschäftigen absolut heilung zu öffnen sich auch der eigenen verletzlichkeit zu stellen ja und in dem sinne sind diese ganzen arbeiten nicht nur nicht nur sozusagen medizinisch therapeutisch zu sehen das ist ja eigentlich ist es eine zivilisatorische kulturelle arbeit total man das wirklich betreibt oder flächendeckend tun würden das ist wirklich etwas was die menschheit weiterbringt was sie aus einem fast schon selbst gewählten gefängnis irgendwo befreit in die chance gibt auch in der masse im bewusstsein aufzusteigen kann man so sagen jetzt ohne dass ich übertreibe oder und da ist eben ganz stark auch diese ganze thematik deswegen habe ich deutschland gerade reingebracht der transgenerativen traumatisierung und da gibt es ja momentan jetzt seit 2005 gibt es ja zunehmend mehr literatur dazu vorher gab es ja fast nichts und das ist ja ein riesen tabu gewesen sobald du als deutscher darauf hingewiesen hast was sofort so irgendwie revisionist oder irgendwie sowas ja ich würde ich würde sagen leid steht immer für sich und ist auch nicht vergleichbar und ja die ganzen traumatisierungen die da passiert sind noch mal ganz davon ab ob es kriegsverbrechen waren oder nicht ja einfach nur dass sie überhaupt dass sie passiert sind wie sie passiert sind ich meine jetzt mal einfach über die ganzen jahre die der bombenkrieg und tägliche in luftschutzkeller und so weiter diese ganzen dinge da wird ja erst jetzt wie gesagt in den letzten jahren mal drüber geschrieben von der sabine bode zum beispiel gibt es da mehrere bücher zu oder dann von dem dr christian hardinghaus sehr zu empfehlen die verdammte generation die vergessene generation zum beispiel die bücher von ihm und und da wird dann noch mal genauer klar was eigentlich die vorfahren so alles erlebt haben und wenn ich hier mit leuten arbeite und wir gucken mal ein zwei generationen zurückgehen nachdem wie alt die sind dann wird relativ schnell klar was dazu geführt hat dass die so sind wie sie jetzt sind weil das sind ja ganz häufig dann diese überlebensstrategien die da eine rolle spielen die sie irgendwann auch in der frühen kinder hat dann entwickeln mussten um in einer total pathologischen situation irgendwie durchzukommen als kind das ist ja so wie diese generation die den krieg mitgemacht hat den nationalsozialismus und dann teilweise in der ddr dann auch noch den sozialismus die waren hoch traumatisiert also wirklich massiv traumatisiert da sprechen wir dann nicht vom alltagstrauma was wir alle irgendwie haben sondern teilweise wirklich durch massivste gewalterfahrung traumatisiert und diese menschen haben dann familien gegründet und die wahrscheinlichkeit dass ein hoch traumatisierte einen anderen hoch traumatisierten dann geheiratet hat die war relativ hoch weil es gab kaum jemanden der nicht damit in kontakt war und die haben dann natürlich durch ihren erziehungsstil durch ihre unterdrückten verdrängten unausgesprochenen konflikte und durch die konditionierung die wir gerade besprochen haben und die und durch die konditionierung das trauma weitergegeben die haben die nächste generation dann traumatisiert teilweise auch durch prügel körperstrafen gang und diebe in einer anderen form natürlich ist es dann wieder ein anderes trauma sie haben es weitergegeben diese generation hat es wieder weitergegeben können dann jetzt heute jemand kommt als klient zu sind in so einer praxis wie bei uns und dann arbeit macht dann könnte man in einem erweiterten sinne und verständnis eigentlich sagen eigentlich therapieren wir gerade noch tricks kriegswunden aus dem weltkrieg das also noch drin das wird ja häufig auch so beschrieben dass das sieben generation weitergeht und wenn du bei holocaust nachfolgen hat man das ja dann auch beschrieben bei den urenkeln die dann irgendwelche sachen da auf einmal wo sie ganz klar sind beschrieben haben obwohl sie es nicht selber nicht nichts davon gehört haben bis zu dem zeitpunkt da hat man ja auch viel forschung zu gemacht und das ist das hat man mittlerweile herausgefunden das ist auch in anderen kulturen so und ja die da auch solche sachen erlebt haben ich hatte das selber auch häufiger als kind das ist wenn mittags die samstags diese sirene da angeht im dorf und dann immer mal um 12 uhr heulte dann habe ich ganz oft so bilder von flieger die fliegern gehabt und so ich konnte mir das immer nicht erklären und kriegt die koch mir so eine kalte schweiß hoch und angst und ja und irgendwann fand ich dann mal raus als ich etwas älter war ja meine großmütter sind beide von tiefliegern eine hochschwanger und die andere auf dem feld am arbeiten angegriffen worden zigmal beschossen worden und ja und die eine hochschwanger die hat noch ihren ganzen besitz dann verloren weil sie seit die flieger sie dann wirklich gejagt hat und hinterher noch das haus platt gemacht hat wo sie alle ihr haben gut drin hatte und so weiter und das das war ein tabu auch in so familie da hat man nicht so drüber geredet und wenn man dann solche sachen so sachen dann herausfindet dann auf einmal können sich so dinge auch diese puzzel stücke dann einordnen und lösen wenn das gesehen wird das ist ja in der systemischen aufstellungsarbeit wird es ja auch viel gemacht dass man da so auf so ich sag mal auf so fundstücksuche geht ja und das ist bei den atemtechniken das vielleicht noch so eben abzuschließen da kommt es teilweise dann wirklich so raus als wenn die leute das selber erleben und wenn es transgenerativ weitergegeben wurde ist es ja auch so letztendlich und die dann die das dann dadurch die dann dadurch gehen und das durcharbeiten in dem moment in diesem guten setting und das hinterher zu einem guten ort ort kommt dann dann zum guten ende bin ich überzeugt im schamanistischen sinne dass da eine transformation stattfindet von mir aus auch eine heilung ganz im sinne von ganzwerdung für die davor da waren und für die die danach kommen sowieso ja weil das gibt einfach diese verbindung und da sind wir wieder in diesem transpersonalen bereich und genau und ich finde schön was du hast auch einen aspekt reingebracht dass gesehen werden das ist auch etwas was ich aus meiner therapeutischen arbeit mit hypnose gelernt habe und immer wieder erlebe heilung erfolgt dann wenn etwas gesehen wird also wenn ein persönlichkeitsanteil sichtbar gemacht wird für den klienten oder wenn es jetzt um aufstellungsarbeit geht ich auch sehr interessant finde wenn etwas in der ahnenreihe gesehen wird sichtbar gemacht wird oft geht es um dieses sehen und anerkennen und dann erfolgt wie von selbst eigentlich der heilungsprozess es ist es geht um würdigung und diese würdigung genau dieses wahrnehmen und akzeptieren und und dem dem geht dann oft ja auch eine vergebungsprozess mit einher und was ich so schön finde so tragisch diese geschichten sind mit diesen generations übergreifenden traumata sie lehren uns ja im westen letztlich die verbindung mit der ahnenreihe sie bilden für uns ja auch eine chance anhand dieses großen problemfeldes eigentlich altes schamanisches wissen wieder zu entdecken für uns nutzbar zu machen es aus anderen kulturen anzuzapfen im gewissen sinne und 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 festzustellen hey hier ist in unserer kultur eigentlich sind werkzeuge verloren gegangen die wir jetzt aber brauchen lange dem zu stellen um das zu heilen und da da weist uns dieses problem fällt einfach so deutlich darauf hin insofern ist es halt auch eine chance für unsere kultur zu uns und zu einem wachstumsschritt durch diese rückverbindung zu alten wissen ja was ich noch auch noch einbringen wollte wo wir vorhin über über stanislaw kroff gesprochen hatten und dass das holotrope atmen erstmal als solches ich finde es ja interessant er hat sie sich ja ursprünglich mit lsd-therapie befasst und mit dem gebrauch psychedelischer substanzen und hat wenn ich die das jetzt wissenschaftshistorisch richtig richtig einordnet dann doch das als eben das dann in den usa dann irgendwie verboten wurde oder nicht mehr so möglich war mit dem mit diesen stoffen zu arbeiten alternativ nach einer alternative gesucht so zusammen die alle zustände oder er nennt sich ja trope zustände mit einer anderen technik zu erreichen und stieß dann auf diese atemtechnik die er dort entwickelt hat aber letztlich die in anderen kulturen irgendwo auch nicht unbekannt war also er hat ja auch viele leute dann aus dem östlichen kulturkreis dann eingeladen experten und hat dann da diese monatelang workshops gemacht wo sie dann so sachen dann auch da erforscht haben aber es ist doch interessant es ist eigentlich eine im westen entstandene technik durch inspiration aus diesen anderen kulturen ja genau entstanden und das war ja damals in sln in kalifornien da war ja dieser dieser schmelztiegel dieser kulturen kannst du auch sagen da kam alles so zusammen ja da hat ja fritz pearls gewohnt und dann stan war dann da ja auch präsent und hat ganz viele leute waren da permanent das war wirklich virginia saty und ganz viele philosophen und ja friedhof capra und alle möglichen leute die dort wirklich zusammengekommen sind an diesem platz und das war eigentlich das erste kannst du sagen psycho spirituelle seminar zentrum der westlichen welt so und alle zentren die heute darauf dies heute gibt die basieren eigentlich da auf dieser grundlage von dem was damals da war so ja und da hat sich das so miteinander verbunden ja es ist super es erinnert ein bisschen wenn wir so historisch gucken wie eine antike vielleicht wie das antike alexandria oder was eine riesenmetropole aber wo man so sagt im hellenismus mischten sich dann so verschiedene kulturelle einflüsse sondern auch viele philosophen und denker dann so geprägt und es ist abgebrannt ist es noch nicht zum glück aber das noch nicht das hat sich aber sehr verändert wohl ich war ja auch mal da und es hat doch schon mittlerweile eher so was elitärer ist das habe ich auch schon gehört das sind dann die juppies aus los angeles und das ist da wochenende hinfahren und für 4000 dollar einen kurs wochenende machen irgendwie so und so erleuchtet zurückkommen was ich noch gerne einbringen würde wenn wir jetzt von einer transpersonal psychologie von diesen methoden sprechen und ich hatte das ja schon gesagt veränderte bewusstsein zustände dann fällt ja auch immer der begriff trance und das ist ja auch so ein begriff haben alle schon gehört und wo fängt jetzt trance an wo hört sie auf wie wichtig sind trance tiefen für für therapie ist das was im holotropen oder hypnagogen atmen dann passiert ist das auch trance was sind das für zustände ich hatte aus meiner für mich habe ich so dass habe ich mal so abgeleitet denn wenn man mit hypnose arbeitet dann ist das ein bisschen sehr präzise an einem problem oder einem thema fokussiert was wie eine und wie eine operation am herzen mit dem skalpell wenn man es gut macht oder es ist ein bisschen so als würde man das fenster zum unterbewusstsein so auf kipp öffnen und es kommt nur so viel luft rein wie wir gerade brauchen recht kontrolliert und bei einer atem session da ist das so als wenn wir das fenster einfach aufreißen und sagen so kommen ja es kommt das kommt dann auf die methode an das meinte ich ja vorhin genau ich rede jetzt so nach nach groff aber das ja ok ok so wenn man das klassische holotropen atmen dann ist das einfach das ist der sprung ins kalte wasser und sprung ins kalte wasser und das ist das fühlt sich dann als klient schon sehr unterschiedlich an so was da passiert das kommt auch auf die konstitution der person an also ja da gibt schon sicherungssystem würde ich sagen in der psyche auch wer da nicht so innerlich und äußerlich et cetera nicht bereit ist da passiert meistens auch nicht so wirklich viel von daher ist es ist da so eine art schutzfunktion auch dann würde ich sagen aber es gibt natürlich menschen für dieses definitiv auch too much einfach was da läuft was würdest du sagen wie kann man trance definieren ja also ich würde es mal ganz einfach runterbrechen also du hast auch jetzt genannt ich würde sagen hypnose ist auch eine art von trance bestimmte art von trance ja und da gibt es auch wieder verschiedene schulen wir haben so die eriksonianische dann haben wir den mesmerismus natürlich der wieder eher körper basiert ist die ganzen auch daraus resultieren dann diese ganzen blitzhypnose techniken l man und so weiter gibt es verschiedene schulen einfach die dann auch verschiedene zugänge dazu haben und natürlich ja haben alle irgendwie auch dann die damit therapeutisch mitarbeiten ein ähnliches ziel ähnlichen anspruch dahinter ist ja klar so und bei all diesen sachen ist es so dass du letztendlich hoch fokussiertes wachbewusstsein am start hast das quasi hoch fokussiert auf eine sache ist was auch immer das jetzt ist in dem moment gedanken bild blick eine geste irgendwas was sich da bewegt und so weiter was dafür was für einen extrem hohen fokus sorgt und ja wir haben also eben wie gesagt diesen hoch fokussiertem nachbewusstsein zustand den hast du natürlich in einem bestimmten modus im alltag vielleicht auch also wenn du dann zum beispiel weil das hängt damit im default mode network zusammen und wenn das eben doch eine gewisse weise also dieses netzwerk im hirn wenn das auf eine gewisse weise quasi ja dieses beschäftigt ist sage ich mal und der speicher ist da voll ja dann bekommen wir auf einmal den zugang zu ganz anderen informationsbereichen und das kann also auch der fall sein wenn man eine völlig monotone tätigkeit macht wo sich das quasi erstmal runter fährt dann wie zum beispiel beim stricken oder beim beim joggen oder beim autofahren kennt das der ein oder andere auch dass er dann irgendwie in andere bereiche eingetaucht ist zwischendurch und das ist erstmal gar nicht so anders man könnte es vielleicht dann da nochmal unterscheiden diese spektren der trance in diese die in die eine richtung gehen ich sag mal die treppe runter und die treppe rauf und das ist häufig der unterschied zwischen diesen alten kulturen die er diese tribalen kulturen waren die sich zum beispiel in jagdritualen vorbereitet haben oder gewisse übergangs rituale und so weiter wo es dann darum ging sich irgendwie im brennenden schuhhaken hier reinzustechen der dann da wieder rauskommt oder sowas und ich habe so sachen der nepal da auch jetzt nicht so extrem aber auch so ein paar sachen da mitgemacht und da ist also ja da sind dann eher andere drogungszustände gefragt ja also guter schmidt hat das mal gesagt so spaßeshalber möglicherweise gab es auch kulturen die schlaff im sessel gehangen haben bevor sie zu jagd sind wir haben nur vor denen von denen nichts gehört weil die sind wahrscheinlich verhungert und ausgestorben ja also die die sind er dann nicht jagd erfolgreich gewesen so und das heißt also diese diese ekstatischen trance prozesse das ist auch eher so das was beim hulotrum abend eine rolle spielt das geht er in diesen schamanistischen aktivierenden bereich reichen so ja also ich wollte auch gerade sagen in der schamanismus arbeitet eher ekstatisch genau also eher was ekstatisches was ich oft feststelle wenn ich mich mit menschen über hypnose unterhalte die jetzt selbst noch gar keine erfahrung haben höre ich oft sowas ja mich kann man nicht hypnotisieren oder bei mir funktioniert das eh nicht und dann sage ich immer hast schon mal ein buch gelesen was schon mal ganz vertieft in der geschichte oder hast schon mal einen film geguckt oder hast du schon mal so war warst du in irgendwas für so vertieft dass wir das was anderes nicht mehr wahrgenommen hast ja war ich ja dann warst du schon in einer trance nur bei der therapeutischen hypnose bei dieser trance schließt du die augen und du wirst diese aufmerksamkeit in dein inneres richten und wirst dich mit dieser intensität wahrnehmen und das ist nichts wieder natürliches es ist ja eigentlich was total natürliches und auch alltägliches wie im gewissen sinne nur wir haben es verlernt in unserer kultur also verlernt es aktiv klar zu nehmen als das was es ist genau verlernt es zu nutzen zur selbst erforschung zur selbstreflexion und zur heilung ja und dann gibt es oft das missverständnis ja muss dann die hypnose tief sein oder am besten so je mehr ich dann irgendwie weg bin desto wirkungsvoller und meine erfahrung ist eher so startet startet das mit so einer leichten trance tiefe der klient ist noch ja der stelle sieht dann irgendwas oder nimmt was war was ist haut an jetzt nicht aus den socken aber in dem moment wo dann sein thema das was ihn eigentlich wirklich bewegt oder wo man dann in der in der regression da daran kommt dann entsteht auch also dann geht es sagt man so rein dann ist man plötzlich voll drin und das muss man auch erlebt haben das kann ich jetzt schwer beschreiben weil man ist auf der einen seite total weg und auf der anderen seite total da es ist halt ein verändertes bewusstsein genau und in diesem wahrnehmungsbereich lässt sich dann mit der eigenen person ist jetzt vielleicht das falsche wort mit dem eigenen selbst mit seinen persönlichkeitsanteilen in kontakt treten und da gibt es ja diesen ansatz der der sogenannten ego state therapie die mit diesen ich zuständen arbeitet den finde ich sehr spannend ich glaube diesen ehepaar wortkens hat das entwickelt und das ist eigentlich ein ein modell dann auch der der persönlichkeit was ja bei anders als freud der sei sein persönlichkeitsmodell ich würde schon sagen fast eher so theoretisch her geleitet hat ist es so ein modell was wirklich aus praktischer arbeit mit klienten dann so über über lange jahre so entstanden ist ja ich glaube schon er entstanden er war ja beim bei uss auch bei dem geheimdienst und hat dann da auch schon mit hypnose damals worum handiert und was ich so mal gelesen habe so habe ich es nun mal gelesen bin mir nicht so ganz sicher ob das 100 prozent wasserdicht ist jetzt aber das ist so eine info die ich mal hatte und daraus sind dann wohl also bestimmte erkenntnisse auch entstanden weil man in dieser zeit gerade der 40er und 50er sehr viel auch da schon wieder geforscht hat was kann man mit menschen machen und da wurde hypnose also auch favorisiert für bestimmte auch die dunkle dunkle manipulationszwecke und wenn menschen zu dir hinkommen und sagen nee das geht bei mir alles überhaupt nicht das sind ja häufig dann die leute die auch jetzt gerade so dieses ding mit der show im kopf haben oder gesehen haben dass er da jetzt ein bobby car für ein audi r8 hält oder so und damit über die bühne pest ja sowas halt haben die dann im kopf aber dass die notische prozesse sind ja viel subtiler und die laufen die ganze zeit im alltag auch ab permanent ich sage nur stichwort werbung ja wenn das nicht funktionieren würde dann würden die ganzen leute nicht die sowas buchen da milliarden im jahr und aber milliarden für ausgeben also und das ist letztendlich ja ist letztendlich eigentlich nichts anderes worauf ich jetzt noch näher eingehen wollte weil da wollte ich so einen bogen spannen in dieser arbeit mit den ego-stails mit den ich zuständen ja da geht es dann eigentlich darum dass man verschiedene persönlichkeitsanteile hat und die sind jetzt aber nicht feste schemata das ist nicht so wie man hört das ja oft das innere kind als ob man jetzt genau dem einen inneren kind begegnet das können unter umständen ganz viele innere kind anteile sein oder ja das ist erstmal modell genau punkt das ist man und es gibt diese einteile ja auch nicht wirklich das wird dann auch häufig von menschen immer sehr stark so fixiert und festgenagelt und dann haben die da wieder eine neue neurose hätte ich beinahe gesagt ja mit diesen anteilen also das sind ja alles nur krücken und landkarten und es ist auch nicht für alle dieses modell nicht für alle hilfreich und gut es gibt auch menschen die das eher verwirrt für die ist das dann nicht unbedingt eine hilfe und für andere ist es aber eine hilfe zu gucken okay wenn ich mir jetzt wenn ich sage ich habe da so einen inneren bereich in mir der ist mit dieser gefühlswelt x gekoppelt das ist so eine dynamik die tritt dann und dann immer auf die wird da und dadurch immer angestoßen und aktiviert und dann rutsche ich in folgende überlebensstrategien verhaltensmuster rein dann fühle ich mich so ein bisschen wie sieben so und dann ist das vielleicht so von meiner siebenjährigen seite von damals ist das wirklich so eine ja so ein teil der sich quasi so eine facette die sich überlebt hat bis heute das problem bei dieser ganzen dynamik ist mit der inneren kinderarbeit dass das häufig sehr stark dann auch regressiv ist und einlied regressiv zu werden und zu sein und es gibt auch hypnose ansätze die präferieren das regressiv um jeden preis und in der modernen jetzt entwicklungstrauma arbeit macht man das zum beispiel wiederum überhaupt nicht da geht man immer vom erwachsenen ich aus und schaut von heute zurück auf damals was hast du damals gemacht um damals gut zu überleben und da sagt man event häufig dass diese ego states er noch eine konfusion wieder hervorrufen können bei menschen ich wollte auch gar nicht unbedingt jetzt auch die wirksamkeit oder okay eingehen worauf ich hinaus wollte war einfach man hat durch die forschung mit hypnose einfach festgestellt es kann sowas geben die persönlichkeit ist nicht so statisch das eine ich oder innere kind und weil weil ich diesen bog spannen wollte jetzt wieder zu schamanischen kulturen okay es gibt auch in manchen schamanischen kulturen auch die vorstellung der menschen mehrere seelen oder seelenanteile oder es gibt diese vorstellung einer geistigen welt mit geistwesen und manche dinge die ich in meiner praktischen arbeit mit hypnose an mir selbst oder mit klienten so auch erfahren habe die berührten diesen grenzbereich wo man eigentlich wo man mit persönlichkeitsanteilen mit wesenheiten in kontakt tritt wo ich das gefühl hat es ist jetzt nur noch kulturelle definition sachen nur noch chiffre werden das benenne ist das jetzt ein ego state so oder sowas oder ein ich zustand ist das teil der person ist dort etwas in der psyche was mit außen verknüpft ist kann ich das ist das ein geistwesen sind wir das kann man zwischen bereich selbst kann natürlich so nicht sagen und das fände ich interessant also da gibt es eine thematische irgendwo dann so eine grauzone überschneidung ich meine selbst selbst das wort dämon geht wenn ich mich nicht irre aus dem altgriechischen ist dann glaube ich daimon und es heißt so viel wie angst ja also die dämonen sind ängste so also was auch im verständnis dann der antiken griechen das heißt vielleicht müssen wir da auch dafür für sokrates war sein daimon ja ein ganz wichtiger berater der hat ihm ja auch am schluss geraten er soll sich nicht verteidigen und er musste dem folge leisten hat gesagt er hat mein leben lang hat er mich für mich gesorgt und hat mir so viel gutes bewirkt ich muss dem jetzt innerlich folgen also wir würden das heute dann so in der mainstream esoterik führer nennen also ich wollte einfach darauf hinaus es gibt in also zuständen ein wirklichkeitsbereich wo es dann echt definitorisch schwierig schwierig ja also zumindest schwierig wirklich für die für die westliche wissenschaft und dann oder für die psychologie was ist das eigentlich mit womit kommunizieren wir jetzt und 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 gibt es anteile in meiner persönlichkeit die vielleicht so transpersonal sind die dann auch mit mit ahnenrein verknüpft sind oder wirklich mit ja mit äußeren kräften ja das dann fraglich ist war was bestimmt mich und mein handeln eigentlich ich sage jetzt auch mal so stichwort werfe ich mal so in den raum besetzungen oder solche dinge und das finde ich thematisch total spannend und das ist ja genau das ist ja genau das das in diesem trans personal binde strich personalen raum geht es auf ja da geht der kanal auf und dann dann kommen die da kommen die infos dadurch und du dienst dann wie so eine art kanal in dem moment bis wie so eine art vielleicht medium auch für die information vielleicht nach vorfahren ich habe auch mit vielen leuten hier so sachen erlebt wo dann jemand wo wo noch der der vater auf der gussloch war und die dann da versenkt wurde und 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 der den ich hier habe das ist der enkel und der hat dann irgendwie diese immense kälte von auf einmal in den beinen und überall und ja und da kommt das in dieser session nachher raus denn der vater ist dann da gerettet worden von einem dieser minensuchboote die die leute da noch rausgezogen haben und dass das ist für denjenigen der das gerade in dem moment erlebt total authentisch diese eises kälte und schlottert am ganzen leib und so weiter ja und das kannst du nicht hier von der birne her machen dass das ist eine ein top down prozess kein top down prozess sondern ein bottom up prozess also es kommt vom körper nach oben und dass das ist nicht über rein über den verstand intellektuell zu lösen und das ist genau der punkt dass in diesen erweiterten bewusstseinsräumen wir auf einmal den zugriff kriegen auch auf dinge die nicht mal direkt meine familie vielleicht betreffen meine vorfahren sondern vielleicht auch die gesamte kultur betreffen oder die gesamte menschheit betreffen oder auch das tier und das pflanzenreich betreffen oder das sein an sich betreffen und das ist für viele menschen in dem moment wo sie das erleben total evident und authentisch und das ist für die auch in dem moment mega bedeutsam auch wenn es jetzt sich komisch anhört irgendwie ein panderbär zu sein oder ein koala bär ja ich hatte mal hatte mal so ein manager im kurs sitzen das wird ja auch wurde er auch viel in der vor corinna zeit wurde das ja auch viel gemacht in gruppen und ich mache das ja hier hauptsächlich sonst in einzelarbeit auch aber der hat das dann so gesagt für für so ein kopftypen wie mich leute ich sag euch das ist es ein verdammtes risiko sich mit einem eisbären auf einer pyramiden spitze zu verabreden hat natürlich der ganze saal erstmal schallend gelacht ja und in dieser gruppe hatten dann irgendwie andere auch noch dieses der nächste hat dann die nacht drauf vom eisbären geträumt und der übernächst hatte das dann auch in seiner nächsten session so setzen sich so sachen tatsächlich auch fort also wenn so ein feld entsteht dann entstehen auch in gruppen auf einmal so dynamiken wo dann in der gruppe bestimmte sachen thematisch auftauchen obwohl die leute noch nicht miteinander darüber geredet haben zum teil auch ja ganz spannend das habe ich auch schon erlebt als ich auch teil war von therapeutischen gruppen das ist eigentlich das wenn man dafür feinfühlig ist oder wenn in der gruppe offen kommuniziert werden kommt man das immer wieder mit dass das tatsächlich passiert das ist ja so stichwort morphogenetisches feld oder wie auch immer das dann gibt es ja viele erklärungsmodelle führen genau stattfindet aber es gibt es gibt diese phänomene und es gibt ja auch in der hypnotherapie eine technik dass man mit inneren helfern zum beispiel arbeitet dass man dem klienten einfach die suggestion mit gibt so und jetzt erscheint dein innerer helfer zum beispiel man kann auch ein innerer lehrer oder was auch immer sein bei mir ist es dann immer ein innerer helfer da finde ich es so spannend und das dann oft gemacht hat oft begleitet hat was bei den menschen dann so als innerer helfer teilweise so kommt was die wahrnehmen manchmal sind es tiere das habe ich oft erlebt oder oder manchmal bei einem war es auch mal einfach der wald oder die natur als abstraktes und es sind auf jeden fall so dinge die die man dann auch aus schamanischen kulturen kennt sowie kraft ihre der spirit ist der natur solche sachen und das ist dann so einfach faszinierend dann sitzt du hier in einer welt hochzivilisierten großstadt macht eine therapeutische arbeit und denkst du wow wir sind das das hätte ein mensch der steinzeit genauso wahrgenommen und empfunden und und wir sind immer noch wir sind immer noch die diese gattung mensch das ist in uns und und wenn wir dann in der trance nach innen schauen und uns unsere inneren helfer begegnen dann sind es unter umständen kraft tiere dann kommen da sachen da hat man vorher überhaupt nicht mit gerechnet dass man sowas was zu tun hat ja es sind ganz normale menschen da sitzen jetzt nicht die völlig verstrahlten von der esoterik messe bei mir und erleben das und dann menschen die das vorher so gar nicht für möglich gehalten hätten oder oder dann ist ja auch wenn dann noch so synchronizität wie jung das nannte auftauchen und menschen das gerade erlebt haben und dann draußen in der natur doch irgendwie rausgehen und oder nach hause fahren und dann auf einmal etwas erleben was sich genau damit deckt oder womöglich das tier noch treffen ja so was ich auch erlebt habe manchmal nicht immer also bei mir ist es zum beispiel so in der hypnotherapie wenn ich jetzt jemanden dann durch die hypnose trance für dann fokussiere ich mich ganz intensiv auf den klienten das heißt ich habe die augen offen ich bin auch in einer trance ich bin nicht so sowie der jetzt weg aber alles was er mir sagt das löst etwas in meinem geist aus ich bin in trance also kann man nicht anders nennen mit dabei ja mit dabei nicht so weit drin dass der nachher dich frei raus zählen muss ich bin immer noch ich bin noch der reiseleiter aber oder reisebegleiter aber ich bin auch auf der reise und ja nicht immer ist es soll jetzt auch keine fantastische oder angeber geschichte sein aber es ist ein paar mal schon vorgekommen dass mir jemand in dieser trance der der klient etwas schildert zum beispiel eine eine situation wir haben jetzt eine regression gemacht ein raum ja ich bin acht jahre und bin zu hause und beschreibt mir das und während er es mir beschreibt und ich bin auch in dieser leichten trost nehme ich das löst es bilder in mir auf aus ich stelle es mir vor ja und dann irgendwann ist die hypnose sitzung zu ende wir unterhalten uns darüber sind alle wieder im wachbewusstsein und dann frage ich einfach so in meiner vorstellung war vorne ein schreibtisch und links war die tür und dann sagte woher weißt du das so sah das zimmer aus also es gibt manchmal habe ich das gefühl dass es gibt so informationsfelder und wenn sich wenn sich beide durch trance dafür öffnen kann es passieren das ist jetzt aber nicht immer so dass die ausnahmen aber dass man da in wirklich in so informationen anzapft oder damit in verbindung steht wo man hinterher wirklich fasziniert ist und denkt okay wow so ja ich habe es auch irgendwie wahrgenommen wichtig ist es dann einfach also ich sag mal ein professioneller begleiter eine professionelle begleiterin die stellen das natürlich dann nicht als absolut hin sondern bieten das einfach an und es gibt ja es gibt ja häufig in den spirituellen szenen dann leute die dann jetzt ich habe genau gesehen bei dir ist das und das und dieses und jenes und ich weiß es und ich gesagt worden und das ist dann sehr missbräuchlich schon schnell wieder genau so sollte das bei dir jetzt auch nicht so verstanden ich will das noch mal einbringen weil ich sehr viele menschen auch hier gehabt habe diese da habe ich ein paar videos zugemacht über youtube kanal die da einfach sehr viele missbräuchliche sachen auch zu erlebt haben das wird beim familienstellen auch geht das soll wir auch in der hose wenn da sowas übergestülpt wird und das nicht gut gemacht wird zum beispiel aber in der hypnose ist das natürlich auch prädestiniert da kann man auch sehr gut dann so false memory syndrom und solche dinge also falsche erinnerungen ein prägen das ist tatsächlich dann auch therapeutischer emotionaler missbrauch könnte man schon sagen auf eine gewisse art na 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 das ist klar das ist natürlich das ist ein grenzbereich also absolut ja ja klar wovon ich jetzt spreche das ist ja auch nicht jetzt standard sondern ausnahmesituationen wo wir uns dann so war dass man hinterher darüber gesprochen hat ich habe ja auch nicht immer wenn jetzt jemanden wird was sich ein gebäude schildert eine genaue vorstellung aber es ist halt schon mal vorgekommen und und je nach klient und wie dann das gespräch ist manchmal kann man dann ja auch nachfragen wir sah das denn jetzt in wirklichkeit aus und passt es oder passt es nicht aber worauf ich hinaus wollte war es ist grundsätzlich möglich es ist möglich dass man dort raus so so sachen wahrnimmt dass du diese richtung übersinnliche wahrnehmung könnte man gewissermaßen sagen oder so würde man das dann so label was in diesen bereich reingeht was jetzt wirklich über das was in so einer was jetzt bei der standardmäßigen kognitiven verhaltenstherapie bestimmt nicht passieren würde also ich halte nichts für unmöglich aber ich sag mal so die 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 das auftreten dessen erfordert eine gewisse rezeptivität der beteiligten und dann gewissen rahmen und raum dafür und das heilige entzieht sich ja wie wir beide wissen dem profanen und da ist einfach ja viel viel zu viel auf der weltlichen ebene wahrscheinlich dann angelegt wo und unter der kommt das aber nicht so rutscht das nicht so rein zeigt sich das nicht so es ist ein scheues wesen ja dann hätte ich noch eine noch eine frage für dich du warst ja auch in nepal hast dort kontakt gehabt zu schamanen und und was ich intensiv auch mit ich glaube auch in anderen ländern mit schamanischen traditionen befasst und es gibt ja so eine tendenz dann auch in europa so in der esoterik szene hat neo schamanismus einzuführen oder oder leute bezeichnen sich selbst als schaman wo ich immer so manchmal denke schamanismus tolle sache aber es ist der kontext gebunden sehr sehr orts gebunden genau meiner meinung nach lässt sich als beispiel ich war ja auch mal nepal nicht nicht so intensiv wie du aber da also auch bei wir kennen da auch dieselben schamanen zum teil witziger weise so also ich habe auch eine gewisse vorstellung davon und und denkt dann immer lässt sich das lässt sich nicht so einfach hier so implementieren dass wir das wie 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 funktioniert es also worauf ich hinaus will oder was die frage eigentlich ist wie können wir konkret schamanische traditionen für uns nutzbar machen ohne aber so diesem irrtum sozusagen zu unterlaufen dass wir sie so eins zu eins übernehmen diese grad wanderung wie kann das gelingen was ist ich meine du hast ein sehr fundiertes wissen dazu sowohl schamanisch als auch psychotherapeutisch was oder psychologisch was ist deine meinung dazu das ist eine gute frage und ich finde es ist auch eine sehr schwierige frage die ich für mich auch nicht abschließend beantwortet habe bis heute von daher muss ich das ein bisschen offen lassen aber was du beschreibst das habe ich auch oft so erlebt und das ging für mich auch überhaupt nicht und dieses so eins zu eins zu adaptieren und das macht auch keinen sinn weil wenn du alleine nur die mythen von bestimmten kontinenten die anschaust die sagen ja häufig genau das gegenteil aus das hat was damit zu tun dass sie einfach auf der anderen seite des erdballs sind ja und dann die sachen zum beispiel andersrum beschreiben oder ähnliches und wenn das ist eins zu eins adaptiert woanders hinbringst macht das schon wieder wenig sinn dazu kommt was du ja auch schon gesagt dass der kulturelle container ist ja ganz wichtig was macht denn ein schaman zum schaman das ist ja vor allen dingen die gesellschaft die gemeinschaft die ihn dazu machen und wenn das quasi nicht da ist ja dann ist das amt an sich schon ja wie obsolet also das macht keinen sinn ja so und nichtsdestotrotz kann man eine schamanistische arbeit machen mit leuten ob man sich deswegen jetzt dann schamane nennen sollte das wage ich meinen zweifel zu ziehen weil eben dieser kulturelle container kontext auch fehlt dann ist ja auch so wenn du mit westland jetzt anfängst nach bestimmten sachen zu arbeiten von der weiß wurde das hat natürlich auch eine wirkung vor allem wenn derjenige eine gewisse rezeptivität mitbringt dafür aber grundsätzlich sind die ganzen symbole handlungen haltung worte etc das ist alles fremd und ist auch ist auch schon wieder punkt der sehr schwierig dann dabei ist ich sag mal die die eroberungen die eroberungszüge hier nördlich der alten der der römer und karl der große und so und andere kandidaten hinterher die haben da ja ganze arbeit geleistet und haben dort unser erbe quasi wie die heiligen eichen und so weiter rasiert und da die das nicht aufgeschrieben haben haben wir da auch so gut wie keine überlieferung außer ein paar von den besatzern und wie besatzer besetzte beschreiben wissen wir alle tarsitus und so dass das alles nicht so einseitiger blickwinkel auch ist das heißt wir haben eigentlich fast null infos man kann also wenn man jetzt hier anfängt was zu machen dann kann man eigentlich nur gucken dass man über eine eine viele gehen einfach nur über das gefühl ja das ist kann man auch machen ja ich würde sagen so eine so ein mischweg irgendwie dass man schaut okay ich mache auf der einen satte mein fenster für die intuition auf da kann ich mich aber auch sehr häufig stark drin verirren oder oder damit irren ja dass das wissen auch noch im kopf halten und ich fange an auf einer an auf dem anderen weg noch mal dinge zu erfahren zu lernen und ich glaube das musste ja ein sehler für sich selber herausfinden was oder wie er weil wir diese kultur eben nicht haben was oder wie er dafür sich adaptieren kann und möchte was auch sinn macht einfach so und das war bei mir auch immer schwierig mit den schamanischen lehrern die ich so hatte in den traditionellen kulturen die wollten dann auch immer gleich dass du das eins zu eins so machst und so und das ist für mich dann einfach ich so gemerkt die haben häufig auch also was heute die die schamanen sind das waren ja so in den siebzigern die indischen gurus und die haben beide so das gleiche problem ja also alle haben irgendwie ein thema auch mit dem geld meistens weil ja die sehle westler als laufende ressource vor allen dingen ist auch verständlich ja würde ich wahrscheinlich auch so sehen an deren stelle und das andere ist eben halt natürlich dass sie wenig verständnis häufig haben für die westliche psyche und das ist auch der grund warum da auch viele leute auch in den siebzigern schon abgeschmiert sind also völlig dekompensiert sind weil das gar nicht so eins zu eins für die machbar ist die leute im westen oder dass die sachen gar nicht funktioniert haben und dann die bei die 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 gurus und so bei den therapeuten rumgegangen haben und verstehen wollten warum das nicht funktioniert was sie da machen ja also das ist glaube ich auch ein großes thema und ja das ist aber wie gesagt im yoga und so weiter auch nicht so oder im tantra und so weiter gibt es die geschichten ja auch dass da leute sind in ihnen nach indien fahren und hinterher sind sie völlig neben der spur ja und das ist was ich fand es wichtig oder das wäre jetzt ein punkt gewesen den ich auch noch anführen wollte eben dass ich dann doch in über die in den unterschiedlichen kulturkreisen dieses psychische grundgerüst der menschen zum einen die mentalität die die prägung eben auch vielleicht auch durch eine unter sich unterscheidende traumastruktur so anders zeigt dass das die menschen dann auf diese techniken wirklich unterschiedlich reagieren und und hat da auch die einfach die weltbilder spielende rolle also wenn man in nepal im bergdorf ist und jemand kommt dort zum schamanen und der dieser schamane stellt eine diagnose ja und die hat dann wahrscheinlich mit mit vielleicht so mit der geistigen welt zu tun oder mit mit religiösen narrativen ich nenne es jetzt mal religiös da kann man dann auch wieder darüber streiten aber somit diese mit diesen faktoren dann ist das dann für so nepali völlig annehmbar so der bewegt sich in diesen bildern da weiß dann was für ihn shiva ist und 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 die und all diese dinge der hat auch den festen glauben dass der schamane ihm helfen kann dass der schamane mit diesen kräften in verbindung steht so und dann ist das ganze ein abgerundetes bild überträgt man das so hier in den westen dann kommt irgendwie so ein unheimlicher bruch und der west es gibt ja es gibt ja jemanden der michael hana zum beispiel der hat das ja versucht auch auf westliche weise zu adaptieren und stehen das buch ja und und da gibt es ja auch tendenzen zum beispiel gibt es so schamanische ambulanzen heißt das in ich glaube in wien und verschiedenen städten auch in westeuropa wo dann leute dann teilweise in die kliniken gehen auch und damit leuten dann so sachen machen und das ist in nepal ja auch so also mit einer der höchsten dichten an schamanen im ganzen land und die haben natürlich auch die modernen krankenhäuser und trotzdem gehen da die schamanen auch ein und aus und arbeiten dann mit den modernen westlich orientierten medizinern zusammen das muss man das vielleicht auch mal eine idee dass man sagt okay wir haben ja die medizin für die physis und wir brauchen auch jemanden der für diesen feinstofflichen bereich ja bei denen ist der schamann natürlich so ein hoch komplexes wesen das eigentlich alles mögliche vereint also ich sag mal naturanalkundler psychologe energetiker wesensführer psycho pompos seelengeleiter und ja also künstler geschichten erzähler also der ist ja also ein universalgenie in einer person und die haben wir häufig auch noch einen ganz regulären job das ist ja auch für die kein für viele ist das ja kein segen sondern es ist eher ein fluch weil sonst haben sie diese schamanenkrankheit an der backe und dann müssen die tagsüber machen sie werden sind sie polizist oder auf dem feld am schuften und nachts machen sie noch den heiljob also das ist echt ein knochenjob also das müsste man noch mal hier im westen so den den hobby schamanen mal erzählen dass das was für knochenjob das dann eigentlich ist wenn man so einer indigenen kultur dann zum schamanen berufen ist und neben seiner familie die ihm dann im regelfall auch eine großfamilie ist und in einer arten feldarbeit unter umständen dann nächtelang noch leute gesund trommelt ja das ist also sehr despektierlich muss man sagen wieder in westlichen kultur dann da auch das sehen auch viele indigene kulturen sehr kritisch wie wir dann halt so im westen jetzt so auch das noch von ihnen wegnehmen ja so irgendwie so ja dass das sehen sie so ein bisschen auch noch mal zu unserer art spirituellen raub an so also es ist auch also würde ich den voll zustimmen nehme ich auch so war meine bei mir war es auch so ich habe mich für den schamanismus interessiert und dann ist das natürlich als westler erst mal instillst du diese interessen durch lektüre liest bücher zum thema das wird erst mal theoretiker ein stück weit so und das war natürlich dann irgendwann unbefriedigend und dann habe ich diese nepal reise gemacht dort dann wollte ich eben als schamanen wirklich kennenlernen das habt auch erlebt und habe dann aber verschiedenes festgestellt zum einen habe ich festgestellt auch wenn ich ganz begeistert bin oder schamanismus ja das ist weder etwas was ich adaptieren kann noch will weil ich auch einfach gemerkt habe wir haben in unserer kultur so unsere eigenen techniken die man natürlich man kann sich dort inspirieren lassen und viel lernen und reflektieren aber die sich meiner meinung nach auch nicht verstecken müssen und und es das ist auch einfach ein weltbild es wäre ich fasse ich hatte das für mich das gefühl ist jetzt sehr subjektiv es wäre dann fast schon albern so warum warum soll ich jetzt da so versuchen so ganz fest reinzukommen das fand ich es irgendwie eher dann interessant es kennenzulernen ist würdigen reinzuschnuppern ja zu schauen was kann ich persönlich übernehmen aber ich muss muss jetzt hier in deutschland nicht mit der schamanen trommel heilen so können kann es auch nicht gab keine andere dinge vielleicht aber und da fehlt dann glaube ich manchen so finde ich irgendwie so diese diese gesunde selbstkritische haltung so zu den bereichen die dann irgendwie schwer begeistert sich vielleicht auch überschätzen oder verschätzen kann schon so ein sprich nichts gegen trommeln wie ich finde wie gesagt da gibt es ja auch diese schule zum beispiel der exotischen trance haltung nach guten und so wo du einfach relativ schnell in bestimmte körperhaltung über einen bestimmten bpm rhythmus schon auch wieder in veränderte brustland zustände kommst dass ich glaube ich glaube die geschichte ja die frage ist glaube ich immer mit was für einer auch grundhaltung macht man bestimmte sachen und auch vielleicht mit was für respekt würde ich sagen ja vor der ganzen sache die die arbeit mit diesen trance haltung das wäre vielleicht noch mal interessant für die die das nicht kennen wenn du das noch mal erklärst mir ist das bekannt was dahinter steckt weil es den ansatz finde ich auch sehr spannend ja also die felicitas gutmann das war eine wissenschaftlerin eine forscherin die hat eben halt ja hinterher einem apache reservoir gelebt selber und hat dort eben dann rituelle trance haltung untersucht die man zum teil auf prähistorischen abbildungen gefunden hat rund um den globus irgendwelche bestimmten körperhaltungen die dort irgendwie ein bisschen etwas seltsam schienen und oftmals keinen sinn ergeben haben so in der form und dann hat sie eben festgestellt dass wenn man diese haltung für eine gewisse zeit einnimmt und dann eben eine trommel in einer bestimmten geschwindigkeit geschlagen wird dass dann auch das bewusstsein anfängt quasi den kanal worüber wir vorhin sprachen zu öffnen aufzumachen und dass du über die haltung die wellige haltung und die spannung die du in der haltung dann hast dass du darüber ein stück weit auch diese sind navigieren kannst dann was du da erlebst und wie du das erlebst so ja und das ist so eben das auch was bei der klassischen schamanischen reise dann ja letztendlich eigentlich auch passiert das ist also bei der schamanischen reise sind die reisen häufig ein bisschen passiver und da ist es ein bisschen mehr aktiver und körper bitte unter dann halt wenn man das entfernt vom ansatz her mit dem mit den asanas im yoga vergleichen entfernt vielleicht schon ja also vielleicht schon da ist natürlich die wir sagen da da wird ja meistens nicht irgendwie noch mal eine live musik zugespielt aber klar in manchen yoga studie schon nein aber ich weiß so natürlich bin er aber da geht es ja auch um körperstellung und das und und einfach die erkenntnis dass es körperstellungen gibt die nicht beliebig sind und die was mit uns machen also letztendlich geht es ja also es gab ja auch anscheinend in unserer kultur also oder in der germanischen und keltischen kultur gab es ja wahrscheinlich auch bestimmte ja so qigong artige sachen die dann runen auch möglicherweise dargestellt haben da gibt es ja so verschiedene theorien auch zu das ist ja eigentlich alles wenn du qigong oder so dir heute in asien anguckt und so es geht ja alles letztendlich immer auch um energie um harmonisierung von energie ja und das sind eigentlich die vorfahren von dem was da hinten in der ecke steht von tesla und lakowski und reif und reich und co also die die leute haben die schamanen haben das eigentlich gemacht was diese technoschamanen dann anfang des letzten jahrhunderts alle entdeckt haben ja auch spontan fällt noch ein auch rudolf steiner doch mit der eurothmie so ein bisschen sowas in die richtung auch gemacht stimmt mit verbindung noch dann mit lauten und körperhaltung ja den haben sie ja auch abgefackelt das erste güter neum wurde er ist ja in flammen aufgegangen ja also soweit ich weiß ich weiß nicht inwieweit das historisch gesichert ist jetzt man sehr erfahrener anthroposoph erzählt wurde auch mal ein mordanschlag an rudolf steiner verübt den er dann überlebt hat ja ist glaube ich nicht historisch gesichert ist so eine szene info ob ich habe es nie überprüft aber es ist denkbar so kann ich mir gut vorstellen weil das ist schon interessant wenn du also wenn man sich das mal so anguckt in der genese hätte ich mal gesagt ja jetzt so davon ja von der zeit der besetzung jetzt der römer angefangen bis hin dann zum mittelalter der hexenverfolgung und so weiter dann die neuzeit auch alle die sich irgendwie mit diesen phänomenen beschäftigt haben und auch mit den energien dahinter und so sind nicht so wenn die bekannter waren sind die nicht ganz so gut immer durchgekommen häufig also die da wirklich wesentliche dinge entdeckt haben die hatten dann häufig irgendwelche probleme hinterher und das hat nur stichwort wilhelm reich ja oder also will er reich ist auch einer der mich sehr inspiriert hat ja reich ist in den usa im gefängnis gestorben und ich meine genau reich hat mit dem organ mit bioenergie gearbeitet geforscht stand so total im kontrast zur selben zeit gab es die atombombe die die atomenergie also so destruktive energieforschung würde ich das jetzt mal bezeichnen und die explosion ja und er dann so mit mit diesen statt der implosion mit diesem bioenergetischen gegen gegenmodell und und der mann wird verfolgt inhaftiert stirbt dann die bücher verbrannt ja ja ich habe damals als ich so die geschichte von will im reich das erste mal so las habe ich gedacht wow das war also moderner giordano bruno ja 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 irgendwie also ganz interessant ja ja tatsächlich also also weil es alles verschwörungstheorie was er so entwickelt hat und deswegen deswegen haben die auch so viel wert darauf gelegt dass auch die letzte kiste die er entwickelt hat und das letzte letzte cloud wasser und das alles vernichtet wird aber bis in die 60er hat man die sachen gejagt und zerhackt und verbrannt und weil das alles schwachsinn war bis bis heute noch verbrannt ich habe auch bekannte mit denen habe ich mich im reich unterhalten die die sich jetzt auch mit mit psychotherapie befassen und dann immer reich das war ja so irgendwie so der spinner und das wurde ja auch alles schon überprüft und wissenschaftlich überlegt und ich denke dann immer von wem denn wann ja genau wo denn tatsache ist vieles bleibt ein rätsel weil weil da weil das so vernichtet und zerstört wurde aber das ist schon so ein denker und mann wo es lohnt wert wäre ihn mal wieder auszugraben und sicher anzuschauen also ich glaube durch die zeiten hat sich immer wieder so eine gewisse ich sag mal so ein gewisser schamanischer genius auch in einzelnen immer wieder manifestiert und ist dadurch geflossen ganz unabhängig von aber wir können feststellen auch ohne kircheninquisition auch im letzten jahrhundert gab es immer wieder kräfte die doch letzten endes die menschen sabotiert und unterdrückt haben oder versucht haben klein zu halten die in bereichen forschen die vielleicht wirklich nachhaltig unsere zivilisation oder kultur zu einem bewusstseinssprung verhelfen könnten ja viele man das so sagen ich würde so sagen viele technologien die viele probleme die wir heute haben lösen könnten sind ja auch in der schublade verschwunden und das ist ja kein geheimnis also ich glaube wir sind jetzt langsam auch wir quatschen schon ungefähr anderthalb stunden vielleicht kommen wir kommen wir langsam so zum ende von von unserer sendung wie gesagt also jörg tausend dank super interessantes gespräch es war mir echt ein vergnügen ehre mit seinem experten in so vielen themenbereichen zu sprechen so viele themenbereiche für die ich auch brenne die mich auch interessieren und toller austausch also hat mir super viel spaß gemacht ja schön danke freut mich auch ich habe auch ein paar info wo schön wenn das interessiert können kannst du verlinken ja also wie gesagt die die sendung erscheint ja auf unseren beiden kanälen wer das jetzt bei mir schaut und jörg noch nicht kennt schaut euch unbedingt seinen kanal anschaut euch diese das freirauminstitut an ich werde die ganzen das alles hier die internetzeiten und so verlinken und wie gesagt wer das hier auf jörgs kanal sieht schaut doch mal bei mir ein schatz für geheimnisvolle geschichte lohnt sich auch ja ich mache eher historische sendung aber schaut aber nicht nur also schaut mal da rein oder du kennst ja auch meinen kanal so ein bisschen und ich glaube es hat dir auch gefallen was du gesehen hast ja gerade die mitra sachen super spannend recht ja ich habe da drei sendungen zum mitra skult also ich glaube wer sich für schamanismus für mysterien und so weiter interessiert und auch für geschichte der der wird dort echt interessantes finden also schaut auf beiden kanälen unbedingt rein und in dem sinne ja tschüss liebe leute und bis bald danke für die einladung danke fürs interesse fürs zuschauen und alles gute viel kraft und eine gute potenzial entfaltung sende ich jetzt mal vom bodensee aus tschüss 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 tschüss